Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Revelations 2. Mit dem Kettensägenbohrmaschinenmann. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, Kettensäge. Wir sind tot, mal wieder. Letzte Folge sind wir auch tot eingestiegen, ne? Ja, das läuft bei uns. Wir sind erfolgreich. Ist okay, glaube ich. Ist okay. So, wo stagen wir hier gerade? Wieso alle so? Hä? Ach ja, wir gehen jetzt durch die Tür und dann gibt's Stress. Und dann gibt's Stress. Das heißt, wenn er dich einmal berührt hat, bist du gleich tot. Ich hasse unser Leben. Wollt mich wohl eigentlich so... Ich hab keinen Stein. Soll ich nicht vielleicht noch einen Stein holen? Ähm, wenn du einen findest? Also da hinten ist einer. Ich hoffe, ich trigger den nicht. Ich hol mir nur den Stein. Ich bin in Frieden gekommen. Aber da hinten ist eine Kiste für uns. Aber da kommt er wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Komm. Oh Gott. Wo? Ähm, es ist relativ weit oben. Kind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier. Gay-Business. Gay. Kannst nicht. Oh Gott. Oh Gott. Der will zu mir. Das erlaube ich dir nicht. Oh Gott, der hat den Tisch kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er rennt. Warum rennst du denn? Wo? Am Rücken. Am Rücken. Oh Gott. Warum bleibt das nicht getriggert? Okay, jetzt spawnt das... noch nur... am Beinen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Chill mal, your base. Ah, nein. Ich heim mich mal die ganze Zeit gerade gegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Chill, your face. Ja, ist okay. Ähm... hat er mich gerade im... Hallo? Ist okay. Der hat... Ne, mich gedinkt. Wo ist er jetzt? Warte, warte. Ich muss ganz kurz da raus. Dann kann ich's dir sagen. Ich hab nichts mehr zu halten. Er hat oben... Am... 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 Hattest du Not? Ich hab auch noch... Ich hab auch noch gedünst. Ich kann's dir gleich... ...hin spielen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, bewegt dich doch. Ja, jetzt geht ich gut. Achso, warst du schon angeknabbert? Ja, ja, ich hab alles heilen weggehauen. Achso, warte, ich geb dir das einfach... Gleich am Anfang geb ich dir alles. Ja, wir schaffen das. Öse. Wir pushen die jetzt einfach weg. Yes. Wir haben ja sonst... ...haben wir ja auch noch Explosiv-Dinge. Ja, soll ich mal werfen, ne? Ja. Explosiv-Brand. Boah. Explosiv. So, dann... Okay. Und dann... Rüsten wir die mal aus. So, ich werfe die mit links und... Okay. Nachgeladen. Okay. Nachgeladen. Keine Motion. Beim ersten Mal war es viel besser mit dem... Da hatte ich bessere Winkel, um dir zu sagen, was geht. So, dann hol dir mal den Stein. Ja, ich hol mir meinen Epic-Stein. Und dann trigger ich den. Vielleicht sollte ich auch versuchen, die Kisten noch kaputt zu schlagen und zu holen, was da liegt. Ja. Okay, ich trigger ihn. Ja. Schade. Okay. Es ist am Bein-Linksbogen. Ja. Sehr gut. Du hast ihn. Jetzt kommt er, glaube ich, am Bauch. Oder am Rücken, ja. Oh Gott. Hallo! Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab die Stumme der Monster. Der ist jetzt. Achso! Ach nein. Der ist immer noch am Sekunden da. Wenn er sich so festbuckt am... Wenn er durch... Oh, bitte. Hat nichts gebracht. Okay, cool. Vielleicht muss es echt... Aber Brandt hat damals diese Flecken, die ich ja... Oh Gott! Weißt du noch, wie man ausweicht? Nein. Ähm, da musst du auf Kreis- und Richtungstaste. Jetzt könnte ich ihn doch... Oh Gott! Krieg ihn nicht, ich krieg er. Oh Gott! Alles gut? Ja. Auch jetzt hat er sich schon umgedreht. Oh Gott, er kommt zu mir! Huh! Warum trifft er nicht? Ich verstehe es nicht. Es ist dieser Rückenbeul. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nein! Ach, jetzt. Ja, okay. Warte, das nächste kommt, glaube ich, an seiner Hand, wo er die sendet. Ich hab keine... Oh Gott! Ich hab nicht mal mehr... Ich hab gar nichts! Ich wollte gerade mit einem Stein werfen... Und dann hab ich nicht mal einen Stein! Wo ist der Hähn? Hähn! Oh, er ist drin. Oh Gott. Erlebst du noch? Ist alles gut? Okay. Oh Gott, wo kommt der Lange? Oh Gott! Hi! 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 Wo? Hier! Ach, ähm... Kannst du überhaupt sterben? Ähm, ich weiß es nicht. Wo? Da! An der Schulter. Warte, er ist tot. Er ist tot? Ja. Ui! Er ist tot! Wir haben ihn! Aber ich frag mich, kann ich überhaupt... Okay. Wir hatten... Ich hab eine Bohrmaschine. Damals... Ich hab eine Bohrmaschine. Wir müssen neue Möglichkeiten öffnen. Ja. Okay. Aber wir hatten doch damals, 1990, eine coole Tür. Also, Wand. Ja, ja, da waren Wände. Ja, da waren Wände. Wände... 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 Ach, das schnapp an. Ach, ja. Und... Dann... Ähm... Ähm... Hier runter. Ich darf nie weg von dir schauen. Und dann bist du mich immer sofort verschollen. Du musst vorgehen. Du guckst auf die Minimap. Ich mag die Minimap nicht. Kommen wir da vielleicht noch durch? Ja, wahrscheinlich, wenn wir durchgebohrt haben. Das ist eine Idee. Aber das ist... Hm. Ich bin gespannt, wie das Bohren aussieht. Nee, hier noch nicht. Iiiiih... Blut. Blut! Okay. Hier auch noch nicht? Ich glaub, weiter unten. War das ganz unten? Ja. Okay. Eventuell... Ich weiß gar nichts mehr. Okay. Oder? Ich weiß nicht. Wir schauen einfach... Ja, es... Doch, könnte... Ja, doch. Ich glaube. Ist hier rechts. Ach, hier ist Werkbank. Hattest du schon wieder Werkdinge gefunden? Hier ist eine Tür. Kommen wir nicht durch. Okay. Ach, da kommen wir wieder nach ganz draußen. Ach, jetzt gehen wir hier... Doch, doch, doch. Hier, hier, hier ist es. Ach, da. Ja, Barry. Dann bohren wir mal los. Das dauert aber lange. Ich glaub, das kannst du schon schneller. Okay, ich schau mal ganz kurz duftig herum. Alles gut, es ist einfach nur Tür, ne? Oder... Ja. Triggern. Geht dann raus, geht ins Le... Ja! Ja. Ich würd sagen... Meine Fußstapfer. Ist der Typ? Oh ja. Oh, auch ein Armband. Warte, da ist Loot. Bling. Magnumunition, sehr schön. Okay, ich schau... Hier, Kiste, Kiste. Pistole. Loot. Für die Welt. Ist noch mehr Loot? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann... Dann laufen wir mal weiter. Ich schau noch kurz in diese... Aha! Hast du es entdeckt? Ja. Pistolemonie. Dankeschön. Ah, bitte? Also sehr freundlich von dir. Dann... Kommt man nicht durch. The one from Terra Save, who rescued me. Terra Save. I went to Moira, made it to the tower. She made it. Come on. Let's see what we can find. Nichts... Bis jetzt... Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich bin noch nicht da. Okay, ich warte auf dich. Ich hab keinen Ausdauer mehr. Zack. Tor hochheben. Okay. Große Plakat. Ich wüsste echt gerne, was da drauf steht. Und Feuer. Oh, oh. Stein. Steine. Ja. Warte, leuchten mal dahin. Kannst du noch mal die Wand anleuchten? Töpfe? Natalia. Äh, ich kann's nicht lesen. Crush. Köpfe und keine Ahnung. Natalia. Natalia. Crush. Oder so. X. Was zum Lesen? Aufzeichnung des klinischen Experiments. 24. Januar 2010. Die Testläufe für das T-Virus sind fast abgeschlossen. Wir haben die Mortalität des T-Virus verringert. Gleichzeitig haben wir die Bedingungen dafür geschaffen, dass das Virus ausbricht, wenn die Testperson hohem emotionalem Stress ausgesetzt wird. Außerdem haben wir die Virenresistenzrate auf unter 2% gesenkt. Alles läuft nach Plan. Wir haben jedoch nur noch wenig Zeit. Wir sind der Perfektion nahe. Aber wir haben keinerlei Spielraum für Fehler. Okay. Klingt super. Kiste! Für dich und für mich. Okay. Und Steine irgendwie viele. Ja. Ah. Ah. Ist das Rote da oben was? Ne. Ist ein Poster. Ein Poster. Oh, ich hab... Smart. So Gewehrmunition für die. Geil. Ich hab ein bisschen Angst. Ich glaub wir müssen die Treppe hoch. Kannst du da nochmal hinleuchten, wo du grad hingeleuchtet hast? Also ist egal, welche Treppe wir nehmen? Ja. Okay, ne, wir. Aber bitte die gleiche. Kiste. Klimm. Irgendwie hab ich Fiss. Du so chillalalala. Weil wir echt viel Munition grad so finden, ne? Ja, das ist gar nicht gut. Ähm, das... Ist da auch noch Kiste? Hang. Latalia. Hang. Abschiedsworte an meinen lieben Vater. Sag das jetzt an mir? Ja, ich glaub ich hab... Ich war's. Okay. Du war's. Du kannst auch vorlesen, wenn du willst. Ja, alles gut. Du warst doch schon so schön gemacht. Du trauriger Alter, Mann. Damit ist bestimmt Barry gemeint. Ja. Ähm, du wolltest eine neue Welt... Ne. Ne. Oh, ich weiß leider wer's... Okay. Du wolltest eine neue Welt erschaffen und über diese Welt als Gott herrschen. Aber trotz all deiner Ambitionen konntest du die schrecklichsten Gegner des Menschen nicht besiegen. Alter und Krankheit. Du hattest alles. Aber dein schwächlicher Körper hat dich verraten. Und dann hat dein eigener Sohn deinen letzten erbärmlichen Hauch von Leben ausgelöscht, wodurch du zu nichts weiter als eine Fußnote der Geschichte wurdest. Du hast versagt, alter Mann. Äh, du wolltest. So. Aber keine Angst. Dein Traum meht fort. Du bist gescheitert und so werde ich die von dir hinterlassene Macht, das unschätzbare Wissen sowie die Testperson dazu nutzen, an deiner Stelle erfolgreich zu sein. Ich werde eine neue Welt erschaffen und über sie als Gott herrschen. Dein Vermächtnis wird lange vergessen sein, aber meines hat gerade erst begonnen. Möge deine Seele solltest du jene besessen haben für ewig in Qualen sieden. Und lasse die Hölle mit dem nicht endenden Knirschen deiner Zähne wiederhallen. Ich würde sagen, das hat Alex Wesker geschrieben. Das ist aber schön. Das kann sein. Klingt so. Klingt so. Klingt so. Ah. Oh. What the fuck. Okay. Ähm. 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 Ich würde sagen, das ist kein Fan-Schreien für Natalia. Nee. Eher so ein, äh, ich mag dich nicht so sehr. Konsequenz. Oh nein. Das war's für heute. Wesker. Sie ist so schrecklich. Ich kann sie nicht. Wer? Die Frau hier mit Wesker? Das ist Wesker. Alex Wesker. Drei Weskers? Du musst mich schütten. Ah, so you finally came. I knew you would. Natalia. Next time on Revelations 2. Wait, this is Moira's. No, no sign of her. Of course this factory had to be a fucked up factory. She's responsible for the experiments six months ago. No, it's got all our names on it. I'll crush you. Where did we go wrong? Where's Moira? ... ... ... ... ... Zu Tode, erschrocken! Freigescheitert, dadadab. Oh, ich geh miss. 200, dadadab. Ja, okay, B ist ein, okay. Treffergenauigkeit B, okay, hab ich irgendwie anders in, na, okay, neun Versuch. Okay, fünf, anderthalb Stündchen. Naja, na, 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 ich glaub war ein bisschen länger. Passiert. Aber gesamt ein C. Ich glaub, ich kann weiterklicken. Ja, Fertigkeiten. Ähm, machen wir irgendwas? Ja, wir haben sauviele Punkte. Wir könnten... Können ein Folge-Eingang raus... Ja. Was bringt das? Keine Ahnung. Ich mein, wir können die anderen Sachen, die wir schon freigeschaltet haben, auch einfach erhöhen. Mit Feuerkraft... Ja, das ist vielleicht sinnvoll, oder? Oder ich weiß nicht, wie oft bist du in der Hocke und Bonas? Erhöhen wir. Okay. Machen wir komplett hoch. Okay. Die Folge auf, für den ersten Sieben... Ne, wir brauchen das Brecheisen, wir brauchen nicht stärker machen. Für den Sieben gesteilt. Nein, okay, ist okay. Äh, ne, 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 ne. Zeitweise unschuldig, wenn sie... Ja, das ist doch gut, oder? Ja. Kam keine mehr, okay. Ausnehmung für... Ausweichen. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Ich kann nicht ausweichen. Dann machen wir auch hoch. Komm. Okay. Einmal geshoppt, komplett ausgegeben. Und ich glaube... Okay, Spielbänden. Spielbänden. Wow. Dann war's das, dann sind wir durch. Mit der zweiten Episode. Stimmt, wir sind erst mit der zweiten. Ja. Komplett fertig. Ups. Und das nächste Mal geht's dann wieder weiter mit der dritten Episode. Mit Claire und Moira. Claire und Moira. Und, äh, genau. Und Zombies. Und ganz viel Geschisse und Geballe. Und wie immer. Und Alex Wesker, die Aufseherin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020